Hey, bevor es losgeht mit dem Video, wollte ich sagen, dass das ein ganz spontanes Video ist. Eigentlich sollte es mit zu der Hoftour, aber es soll irgendwie nicht sein. Und uns hat es ganz schön viele Teile der Hoftour gelöscht, die wir noch bei Tageslicht drehen konnten. Und jetzt kann ich es nicht drehen, weil es schon zu spät ist. Und die werde ich aber dann morgen drehen und hinzufügen. Und ja, das ist auf jeden Fall doof, weil eigentlich sollte sie jetzt schon hochkommen. Aber deswegen haben wir jetzt ganz spontan dieses Fragen und Antworten Video für euch. Und ja, das sollte nämlich eigentlich zu dem anderen Video dazugehören. Aber es ist doch dann ganz schön zu lang geworden. Deswegen ist es jetzt ein einzelnes Video. Und ja, lasst gerne noch weiter Fragen da und dann starten wir mit dem Video. Jetzt wollen wir ein paar Fragen beantworten. Also einmal, Powergirl25 fragt, wie seid ihr darauf gekommen, Pferde zu halten? Also es ist auf jeden Fall so entstanden, wir haben uns schon immer Tiere gewünscht. Und wir reiten auch schon immer. Und auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann eben ein paar Tiere aufgenommen haben. Die sind natürlich nicht alle auf einmal gekommen. Und ja, auf jeden Fall war es auch sinnvoll, Tieren ein schönes neues Zuhause zu geben. Und ja, dann ist natürlich auch so alles entstanden und so. Also so ist jetzt die Kurzform der Geschichte und so. Und ja, genau. Und natürlich ist es auch daraus entstanden, dass wir schon immer geritten sind. Und uns auch, und natürlich immer noch tun und eben daraus eben schon unbedingt Pferde wollten. Und Johanna kommt, hallo. Und genau. Aber wir können ja auch mal gerne so die ganze Geschichte mal so erzählen. Und ja. Und dann hat sie noch gefragt. Warte mal. Ah ne, das ist eine andere Frage. Die Frage ist schon etwas älter. Die habe ich nur noch nicht beantwortet. Ein Moment. Ich gehe mal kurz in ein anderes Video. Also. Da. Ah, okay. Hier. Das habe ich gesagt. Also. Nadine. Oder Nadine. Vogel. Heißt der, glaube ich. Also, ich hoffe, dass ich eure Namen richtig ausspreche. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Oder Vogel. Auf jeden Fall schreibt sie, dass sie ein paar Fragen hat. Und zwar. Erste Frage. Könnt ihr mal ein Video machen, wo ihr auf euren Chatties reitet? Also ja. Generell wir nicht. Weil wir sind, glaube ich, etwas zu schwer für die armen Chatties. Aber wir können dies gerne mit dem Video machen. Aber die Marlena und die Hannah, die reiten ja immer noch auf den Chatties. Und da hatten wir das auch schon vor. Aber viele unserer Chatties kann man ja noch gar nicht reiten. Weil die sind erst zwei Jahre alt. Aber wir machen auf jeden Fall ein Video mal mit den Chatties. Genau. Auf jeden Fall. Aber schreibt da auch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr denn so von den Chatties mal sehen wollt. Vielleicht, wo wir jetzt nicht reiten müssen, weil das ist schlecht. Aber vielleicht da, wo... Sie hat aber noch eine Frage. Wie seid ihr zu so vielen Ponys gekommen? Das haben wir ja so jetzt schon mal grob beantwortet. Aber wie gesagt, haben wir jetzt schon mal ein bisschen beantwortet, wie alt wir sind. Also ich bin 14. Und ich bin 11. Und die Hannah ist 5. Und die Marlena ist 3. Und könntet ihr mich mal grüßen? Ja, sehr gerne. Hallo. Hallo. Hallo Nadine. Ich hoffe es richtig. Oder Nadine. Hallo Nadine. Ich hoffe wirklich, dass ich dich richtig ausspreche. Okay, dann... Haben wir noch... Zwei... Dann haben wir noch... Ich gehe gerade auf das nächste Video. Das war's? Das war's. Ja, das war's. War das alle Fragen? Ja. Ich fand übrigens den Kommentar von... Ah, auch von dir voll cool mit den Beauty-Tieren. Ähm, weil wir lieben Joey's Jungle auch. Von wem? Und von dir mit den Beauty-Tieren. Und ja. Von wem? Dann viel Spaß. Dankeschön. Und ja, weil du geschrieben hast, dass wir viele Beauty-Tiere haben. Und das war ja das Lied von Joey's Jungle. Also der Kommentar wäre echt cool. Ähm, ich gucke gerade mal, ob wir da noch Fragen haben. Ah, nee. Ah, wie, ähm, Powergirl25 fragt, wie seid ihr auf den Namen der Zmi gekommen? Also, wir haben lange überlegt, was wir nehmen sollten für ein Name. Und ja. Wir wollten was, was uns lange gefällt. Und was wir einfach, wir wollten einfach irgendwie, das Wichtigste war uns einfach so zu sein, wie wir auch wirklich sind. Und uns nicht zu verstellen und genau so das zu zeigen. Und zu hoffen, dass es den ein paar Leuten auch gefällt. Und auf jeden Fall einfach so zu sein, wie man ist. Und das Zmi, damit kann sich halt jeder betiteln. Genau, also das kann halt jeder sagen. Weil wenn das halt... Das bist du. Genau, jeder, der das sagt, ist damit sich gemeint. Und deswegen, so sind wir so auf den Namen gekommen. Und meine, haben wir es dann mit unserer Familie besprochen und so. Und ja. Und dann gehe ich auf unser nächstes Video. Das ist das. Das ist das, oder? Ja. Moment. Ganz unten haben wir sieben Kommentare, glaube ich. Nee, da haben wir nicht. Da. Aber auf McDonalds. Da haben wir einige Fragen. Da fange ich an. 21. Also Husky Pferdes da hat gefragt, ob man in unserer Stadt oder Dorf mit den Pferden reiten kann. Und das habe ich schon beantwortet. Aber ich sage es nochmal. Also bei uns ja. Und es gibt aber auch Bundesländer, wo man zum Beispiel eine Plakette braucht. Oder eben, es gibt dann natürlich auch Stellen, wo man nicht mit dem Pferden langen darf. Aber dort jetzt grundsätzlich schon. Also auch ins Ohr von allem. David Möhrchen hat gefragt, wird ein 100-Abo-Special kommen, wenn ihr sie geknackt habt? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass uns da auch was Cooles einfällt. Und ja, wenn nicht, dann könnt ihr auf jeden Fall mal einen Kommentar da lassen. Und wir freuen uns sehr über Ideen. Auch so muss jetzt nicht so sein. Und er hat dann auch noch gefragt, ob wir mal ein eigenes Intro machen. Und da muss ich eigentlich sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das gefallen würde. Weil irgendwie, ich finde halt... Intros spule ich immer vor. Ja, weil es ist immer... Also auf jeden Fall, ich dachte persönlich, dass es vielleicht langweilig ist. Aber wenn euch das gefällt, können wir das gerne machen. Schreibt auf jeden Fall ja, wenn ihr es wollt. Und nein, wenn ihr es nicht wollt. Just Belinda hat halt gesagt, ob wir mal bitte eine Spintour machen sollen. Und wie schon angekündigt, werden wir ein Sattelkammer-Video machen. Genau. Und da wird dann zu auch noch das Spint-Video kommen. De Lee heißt sie, glaube ich. Hat gefragt, warum wir keine richtigen Sattel haben. Wir haben durchaus richtige Sättel. Nur ihr habt immer die baumlosen Sättel gesehen. Und ja, wir wieben die baumlosen Sättel, weil die halt echt bequem sind. Aber wir reiten auch ganz oft mit normalen Sätteln. Wir haben auch durchaus normale Sättel. Aber so zum Ausreiten sind die einfach irgendwie ein bisschen bequemer. Und weil es in letzter Zeit halt auch immer geregnet hat und so. Die dürfen halt nass werden und so. Aber wir haben durchaus auch normale Sättel. Aber wenn wir zum Training gehen, springt Training und eine, haben wir die an. Wir haben durchaus auch normale Sättel. Habe ich da noch Fragen? Boah, das ist ein Feed. An der Stelle auch noch Danke, Danke für die tollen, lieben Kommentare. Danke. Weil wir ja jetzt nur die Fragen beantworten. Danke für die tollen und lieben Kommentare. Und Dankeschön für die Abonnenten, die uns jetzt schon folgen. Genau. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Deswegen gucke ich jetzt nochmal durch. Dass ich nichts vergessen habe. Ich stelle mich jetzt einfach auf schnell. Nein, ich ernst. Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Nee, da gibt es nichts mehr. Dann kommen wir zu unserem Osterspecial. Schauen wir mal. Wir gucken einfach so, welche Fragen wir jetzt noch nicht so beantwortet haben. Und ja. Ja, das war... Hier sind nicht so viele Fragen gekommen, oder? Und eher so... Da vielleicht? Kann sein. Ah, ja. Von Sophie und Emma, die ich an der Stelle auch nochmal herzlich grüßen will. Hallo. Hallo, liebe Sophie. Und auf jeden Fall hast du gefragt, wie oft reitet ihr in der Woche? Wir reiten eigentlich fast... Also wir sind jeden Tag bei einem Pferden. Und... Ups, ein Moment. Das muss ich mal kurz weglegen. Und wir reiten eigentlich auch jeden Tag. Manchmal schaffen wir es nicht oder machen... Aber wir fass uns immer. Also... Aber normalerweise reiten wir schon jeden Tag, also... Ja. Aber es gibt natürlich dann so Sachen, wo es dann halt nicht geht. Aber wir sind eigentlich schon jeden Tag bei den Pferden. So, dann sind das alles eure Pferde. Ja, also... Bis auf die Lucy, das ist deine Einstellerin. Genau. Das sind sonst alle unsere Tiere. Bis auf die Lucy, der weiße Tinker. Genau. Das ist eine Einstellerin. Dann habt ihr einen Platz oder eine Halle? Also, wie du jetzt gerade vorher auch schon in der Tour gesehen hast, oder wo wir euch den Hof zeigen, da... Wir haben so eine kleine Longierzelt-Halle. Und ja. Aber wir reiten so auf Wiesen und so. Aber die Halle benutzen wir schon auch oft zum Tricks lernen und auch zum Reiten. Cara, die Frage musst du jetzt beantworten. Wie lange habt ihr Stella schon? Wir haben Stella schon seit dem 1.1., 1.1.2017. Also, wie jetzt noch nicht ganz 1.1.2017. Genau. Aber die Zeit fühlt sich einfach so lange an, weil man mit ihr so schön... Fühlt sich nicht. Weil man mit ihnen... Also, genau so lange habe ich Blue auch, weil man halt mit denen... Ach, die nächste Frage ist übrigens, wie lange ich Blue schon habe. Genau so lange. Wir haben es am selben Tag bekommen. Aber es fühlt sich mega lang an, weil wir einfach schon so viel zusammen erlebt haben. Und ja. Ja. Ob wir dich grüßen konnten, haben wir ja schon mal gemacht. Aber ja. Halle Sophie. Hallo. Und dann... Ich glaube, das waren alle Fragen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Videos. Das waren alle Fragen. Ja. Und ja. Auf jeden Fall... Dankeschön. Hoffe ich, dass sich jetzt keine ausgelassen haben. Weiter Fragen stellen. Ich beantworte die immer sehr gerne. Oder wir beantworten die immer sehr gerne. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Abonnieren.